Ja, ist gut, ich komme gleich. Hallo zusammen! Ich bin's wieder, Andrea, und ich erkläre euch heute, wie man in der Schweiz Termine abmachen. Also, hört gut zu! Erstens, ihr müsst einen Termin bei einem Doktor machen. Also, erstens, vielleicht hast du Migräne, oder hast du Bauchweh oder so, und du willst beim Doktor einen Termin haben. So funktioniert das. Zuerst die Nummer wählen. Praxis Dr. Stadler, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Grüezi, da ist Meier. Grüezi, Frau Meier. Ich habe seit zwei Tagen sehr starkes Kopfweh. Und ich würde das gerne mal bei Ihnen zeigen. Okay, ja, das können wir machen. Ist es dringend? Also, haben Sie sehr grosse Schmerzen? Oder können Sie auch noch ein bisschen warten mit dem? Ja, ich würde sehr gerne möglichst schnell vorbeikommen. Weil es schmerzt mega. Okay, das ist kein Problem. Wie sieht es bei Ihnen zum Beispiel am Mittwochmorgen aus? Ja, Mittwochmorgen geht leider nicht. Aber zum Beispiel am Nachmittag? Mittwochnachmittag... Entschuldigung. Ich bin gerade gestört worden. Also, Mittwochnachmittag sind wir leider schon ausgebucht. Aber nächste Woche am Mittwochnachmittag auf die zwei wäre noch möglich. Nächste Woche am Mittwochnachmittag am 2. Ja, das ist super. Okay, danke vielmal. Auf Wiederhören. Super, danke Ihnen. Bis dann. Auf Wiederhören. So, that was your first appointment. Das ist schon der erste Termin, den du hast mit dem Doktor abmachen können. Zweitens, ein Termin zum Vorstellungsgespräch. Tja... 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 Ja? Müller? Tja... Hier ist Meier von der Firma Hinz & Kunz. Grüezi, Herr Meier. Wir haben ihre Bewerbung bekommen und sie ist sehr interessant. Wir würden sie geben, um ein Vorstellungsgespräch einladen. Ja, das freut mich riesig. Hätten Sie Interesse, um zu kommen? Ja, ich komme sehr gerne, ja. Super, das freut uns auch. Wem geht es Ihnen am besten? Ich kann mir eigentlich fast alles einrichten. Okay, wie wäre es zum Beispiel nächste Woche? Nächste Woche, ja. Super, und wie sieht der Freitag aus? Am Freitag? Ja, Moment schon. Ja, ist gut. Freitag geht super. Sehr gut. Also, bis dann. Danke vielmal, ich freue mich. Ja, wir freuen uns auch. Auf Wiederhören, Frau Müller. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja! Du hast gerade deinen Job bekommen. Okay. Übrigens. Was möchtest du noch wissen? Was möchtest du noch gerne wissen? Zum Beispiel zum Coiffeur. Okay? Coiffeur Salon Schön und Kurz. Mein Name ist Sonderegger. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, grüezi. Da ist Müller. Grüezi Frau Sonderegger. Ähm, ich würde wieder mal gerne meine Haare schneiden und färben und durchmachen. Ja, das ist kein Problem. Sind Sie das erste Mal bei uns? Oder sind Sie schon in unserer Kundenkartei? Ja, ich bin das erste Mal bei Ihnen. Kein Problem. Wann geht es Ihnen dann am besten? Waschen, schneiden, föhnen, legen, Wellen? Ja, am liebsten so klein wie möglich. Okay, wie wäre zum Beispiel morgen? Morgen? Ja, morgen geht gut. Morgen auf die zwei zum Beispiel. Morgen auf die zwei. Super. Danke vielmal. Bis morgen. Auf Wiederhören Frau Sonderegger. Auf Wiederhören Frau Müller. Ade. Cool. Ein Date abmachen mit jemandem, den ihr neu kennengelernt habt. Okay. Zuerst beruhigen. Zuerst beruhigen. Hallo, da ist der Roger. Ja, hallo, das ist Andrea. Hoi. Hoi Andrea, hoi. Wie geht's? Ja. Gut, danke. Und dir? Ja, mir geht's auch gut. Ja, das letzte Mal war mega toll. Wir könnten uns ja wieder mal sehen. Ja, das wäre toll. Ja, das wäre toll. Hast du Lust? Ja, voll. Ja, ich habe gedacht, wir könnten ins Kino gehen. Ja, aber die sind doch gerade zu. Weisst du? Wegen Corona. Oh stimmt. Die haben ja zu. Ehm, oder wir könnten... Ähm, geht's nachts essen? Ja, ja. Ja, cool, komm mal. Was hast du gerne? Ähm... Ja, ich habe eigentlich alles gegeben. Ausser das Gemüse und Fleisch und... Ähm, Teigwaren habe ich auch nicht so gerne, aber... Ja, sonst esse ich eigentlich alles ausser der Riese, ja. Also, kannst du zum Beispiel am Wochenende so... Ähm, am Samstag zum Beispiel. Am Wochenende? Ja, ja. Am Samstag. Gut. Am Samstag... Am 6. Ja, das geht. Und wie sollen wir es machen? Weil ich habe ja kein Auto. Ja, ich komme dich holen und dann können wir ja dann zusammen gehen. Okay. Also, cool. Ich freue mich. Bis am Samstag. Tschüss. Ja, ich freue mich auch. Bis dann. Tschüss, Andrea. Jetzt hast du gerade deinen ersten Date abgemacht. Okay. Restaurant Hoselupf. Ähm, was kann ich für Sie tun? Ja, grüezi. Da ist Müller. Ähm, wir würden gerne am Samstagabend am 6. bei Ihnen das 2. kurz nach dem Essen. Ja, das geht. Da haben wir noch Platz, ja. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Müller. M-U-L-L-I-R. Und wie ist Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 067 213 64 12. Danke vielmal. Auf Wiederhören. Okay, super. Bis dann. Auf Wiederhören. Danke. Good. Okay, now, what else could you do? You need a dentist, for example. Zahnarztpraxis schmerzlos. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Da ist Müller. Ich habe seit 2 Tagen mega fest Zahnweh. Und ich würde das gerne zeigen. Ja, das ist kein Problem. Wahrscheinlich so schnell wie möglich. Wie wäre es heute am Nachmittag? Ja, gerade heute Nachmittag. Das ist perfekt. Super. Wie wäre es auf die 2? Mhm, super. Okay, danke vielmal. Auf Wiederhören. Okay, merci. Ade. Bis später. Oder wenn du einfach in die Kontrolle musst gehen, kannst du einfach sagen Ja, grüß sie, das ist Müller. Ich würde gerne wieder einmal in die Kontrolle kommen. Ja, das ist kein Problem. Wir sind leider schon recht ausgebucht, aber wie wäre es für Sie in 2 Monaten zum Beispiel? Okay, in 2 Monaten? Ja, ist okay. Okay, was für einen Tag denkt Ihnen am besten? So, ähm, Freitagmorgen wäre für mich am besten. Freitagmorgen? Ja, das ist kein Problem. Wie wäre es zum Beispiel so auf die 9? Ja, das ist gut. Okay, danke vielmal. Auf Wiederhören. Merci. Sehr gut. Auf Wiederhören. Ade. Ähm, so, im Prinzip ist es immer gleich. Zuerst hast du eine Begrüßung. Dann sagst, grüezi Herr Sonderrecker, grüezi Frau Sonderrecker, guten Abend, guten Morgen, was auch immer. Es kommt nicht so drauf an. Dann sagst, was du willst. Ich würde gerne einen Termin abmachen. Oder ich habe Schmerzen. Oder ich will dich wieder einmal sehen. Etwas, so etwas. Und dann zum Tschüss sagen, sagst, wenn es formell ist. Danke vielmal. Auf Wiederhören. Oder Adieu. Und wenn es informell ist, wenn es ein Freund ist oder so, dann sagst, tschüss. Ich freue mich. Okay. Ich hoffe, das hilft. Und... Bis zum nächsten Mal. Danke vielmal. Tschüss. Ich freue mich. Und eine letzte, sehr wichtige Sache. Wir haben zwei Leute, die meine Test aus dem vorherigen Video correctly gemacht haben. Erstens. Und zweitens. Okay. Well done. Very well done. Okay. See you next time. Bye. Bye.